Digga, wo kaufst du bitte ein? Gibt es alles günstiger? Wir gehen jetzt einkaufen und ich zeig euch, wo ich die Getränke hole. Einfach im Rewe. Weil hier ist, äh, Red Bull im Angebot. Günstiger als im Großmarkt. Ich übertreib jetzt völlig, ich nehm einfach diesen ganzen Ständer mit. Dann haben wir jetzt auch hier den normalen drauf gestapelt und hier rauf kommen Zucker frei. Damit es sich umfällt, leg ich die jetzt noch ein. Wie teuer das wird, erzähl ich euch gleich. Am Ende des Videos zeig ich, wie teuer der ganze Einkauf war. Das ist doch nicht alles, ich muss noch wohin. Jetzt bin ich im nächsten Laden, Penny. Und warum ich auch hier hinfahre, das erkläre ich euch gleich. Ich gucke immer, wo was im Angebot ist, in dem Fall Coca-Cola. Habt ihr jetzt hier beim Penny einfach so krass im Angebot? Oder wie hier, Red Bull für 88 Cent? In der App hast du hier alle Prospekte, die du so kennst, wo du einfach jetzt siehst, wo, wann, was im Angebot ist. Sonst zu Hause die Prospekte blättern, brauchst du nicht mehr, weil alles in der App ist. Wenn du dir die App auch runterladen willst, ich packe den Link davon jetzt in meine Insta-Story. Lade die App runter. Aber wie viel habe ich jetzt bezahlt? Fürs Red Bull 528 mit Pfannen, für die ganze Cola 118 mit Pfannen. Jetzt gucke meine Story und lade die App runter.